Schalke 04 gegen den FC Bayern München, ein echter Klassiker der Fußball-Bundesliga. Und meist auch ein Spiel auf Augenhöhe, wie es auch der 2 zu 0 Sieg des Rekordmeisters aus der vergangenen Saison war, bei dem beide Treffer durch Lewandowski und Kimmich erst in der Schlussphase der Partie gefallen sind. Der Torschütze vom Dienst Robert Lewandowski und der dreifache Vorlagengeber vom Wochenende Joshua Kimmich dürften auch morgen auf Schalke gesetzt sein. Ob Neuzugang Corentin Tolisso, der das Spiel gegen Mainz erstmals in dieser Saison von der Bank aus beobachten musste, aber von Beginn an aufläuft und damit zu seinem sechsten Pflichtspieleinsatz für den Rekordmeister kommt, entscheidet sich wohl erst morgen. Ich denke in diesem Moment, einige Rotationen sind wichtig, um die Spieler zu motivieren. Carlo Ancelotti kündigt also Rotation für morgen an. Wer für wen kommen könnte, wird wie immer erst kurz vor Anpfiff bekannt gegeben. Sicher dürfte der Einsatz von Sven Ulreich sein, der wohl für Manuel Neuer im Tor stehen wird. Bayerns Nummer 1 hat sich heute im Training am linken Fuß verletzt und wird auf Schalke definitiv nicht spielen können. Ebenso wie Arjen Robben, der sich einen grippalen Infekt eingefangen hat und morgen wie Neuer in München bleibt.